Leute, wer ist heute Abend hier in Wolfsburg verliebt? Wer ist verliebt? Einmal alle an Themen, alle. Dann tut wer verliebt ist. Ja. Na, ist eine gute Quote. Ist eine gute Quote. Kann man nicht meckern. Und wer sucht heute Abend die Liebe seines Lebens? Juhu! Oh. Auch viele Männer auch. Frauen, beobachten. Auch da hinten, auch die Boys. Leute, ey. Vielleicht trefft ihr euch später da hinten bei der Bar. Da hinten, auf ein Bierchen oder so. Ihr könnt euch ein bisschen kennenlernen. Tinder-Konzert-Edition. Und ihr könnt dann so nach links sehen. Rechts, rechts. So, links, links. Und, ähm. Wer ist heute Abend allein gekommen? Ach, guck mal, auch ein paar. Oh, okay. Und die? Die brauchen heute Abend auch noch Liebe, Leute. Für die finden wir auch noch jemanden. Und der nächste Song, den ich geschrieben habe, weil es für die wahre Liebe. Und, äh. Heute Abend, jetzt wird es ein bisschen romantisch. Jetzt kann jeder mal seinen Partner in den Arm nehmen. Und nochmal sagen, ey. Schön, dass wir uns kennenlernen. Und jeder, der heute noch im Suchen ist, kann sich jetzt auf die Suche machen. Ist der perfekte Song dafür. Der Song heißt Real Love. Und der geht so. Und der geht so. Und der geht so. Musik 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 I like this song. I wanna know it Give me something I can die for Maybe that is real Love